Fake-Sommersprossen. Wie heißen sie? Ich hab's gelernt. Fake-Fraggles. Künstliche Sommersprossen. Hast du welche oder nicht? Ich kann's nicht erkennen von hier. Ich glaub, die wurden mit das ganze Puder vielleicht ein bisschen weggemacht. Aber eigentlich hab ich sie heute aufgetragen. Was hat's damit auf sich? Ich find's schön. Ich find's nice. Also, ich krieg im Sommer tatsächlich real Freckles, also echte. Aber auch nicht so viele. Und im Winter, da male ich sie mir dann immer gerne auf. Ich tu das einfach mit dem Contouring und mit dem Bobbypin. Einfach immer auftragen jeden Morgen. Am Abend wieder abmachen. Ja. Vielleicht auch was für dich. Mal sehen bei der nächsten Sendung. Ich find's irgendwie geil. Ja, Michelle, am besten was für dich? Weißt du was? Wir probieren's nachher machen. Guck ich mal. Du machst welche auf und wir gucken, wie es aussieht. Ja. 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 Ja.